Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema die Firefox OS Version. Um herauszubekommen, welche Firefox OS Version gerade genutzt wird, gehen sie wie folgt vor. Sie gehen zu den Einstellungen, klicken auf Einstellungen, wandern in den Bereich Gerät, klicken auf Geräteinformationen und dann wird hier bei Software die Version angezeigt. Hier wird gerade die Version 1.1 genutzt. Das war User Paul von OpenScreenCast. Ciao und viel Glück. 1.3 1.1 4.1 5.1 7.1 7.1 7.1 9.1 10.1 10.1 10.1